Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP hier als Ding am Start. Letztes Mal haben wir unseren Händlerkollegen befriedigt und haben ihm seine Seelen gebracht und haben dafür so ein cooles Horn bekommen, damit wir einfach mal so rumblasen können. Wir haben erfahren, dass wir beide Waffen, Skates etc. etc. kaufen können. Und jetzt sind wir hier angekommen, dieser Brücke oder was das sein soll, und da oben ist irgendein Gegner, den wir jetzt natürlich souverän, souverän wegziehen. Allein, allein. Der Zerstörer weiß von deiner Ankunft, und in diesem Augenblick schickt er seine Legionen gegen dich. Dann mache ich es kurz. Ich schlag dir den Kopf ab! Fatomen General! Ach, wenn er offen ist, dann kann ich das einsetzen. Und dann, wenn du... Ich schlag dir den Kopf ab! Genau so. Eine Uffmuck. Kann ich das einsetzen? Oh nein, 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 das war der falsche Glaub! Geh weg! Drücken Sie LB und Kräfte von... Goll! Wie der Mensch das gemacht hat! BAM! BAM! Was willst du machen? Komm doch, Dinger! Wird alle gerackt! Ich... Ich kann meine Fähigkeit aufladen, in aller Ruhe. BABAM! BABAM! Ich schlag dir den Kopf ab! Oh! Ich schlag dich gar nichts ab! Aber du schlagst mich gar nichts ab! Oh nein! Ich habe nichts mehr gemacht. Wir pusten ihn einfach weg, pusten ihn einfach weg, nein, ich hab gesagt, nein, that's it! Oh, nice. Eine Blutfontäne. Yummy, yummy, yummy. Geht jetzt die zweite Blutfontäne an, weil ich den General zerstört habe. Of course, of course. Oder muss ich das Ding bewegen? Nur ein abscheulicher, blutspuckender Wasserspeier. Jetzt haben wir zwei. Oh, shit. Wir brauchen schon wieder mehr. Wir brauchen noch mehr Gegner. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Nice, nice, nice. Krieg. Bist du hier, um den Henker zu spielen? Sie hätten euch alle vier schicken sollen. Ich habe nicht vor, dich zu töten, Samael. Ha, der Zerstörer. Er ist außerhalb deiner Reichweite und außerhalb meiner. Hat das Gefängnis dich zu einem Feigling gemacht? Vielleicht gibt es einen Weg, aber dafür musst du in den Turm des Zerstörers gelangen. Doch leider wird der Turm von vier seiner Auserwählten bewacht. Bring mir ihre Herzen und stell keine Fragen. Die Gründe für meine Hilfe gehen dich nichts an. Wo kann ich diese Wächter finden? Suche zuerst die Zwielichtkathedrale, in die sich die Fledermauskönigin Tiamat zurückgezogen hat. Doch ihre Wohnstadt ist nichts als ein Inferno. Über das Land wirst du es niemals erreichen. Suche hiermit den Hohen Ort auf. Und bring mir ihr noch schlagendes Herz. Oh, auf einmal kann wir schreden. Ich will. Okay. Ist schon mal witzig. Da hinten waren wir schon. Da ist unser Händler. Gut. Schön. Glaube ich. Dann können wir hier so rumgleiten. Fette neue Flügel. Boah. Oh, oh nee. Ich hasse die jetzt fette Stück Scheiße. Kann ich denn nicht erst mal in der Auto gegen den Kopf werfen? Ist nicht irgendwo am Auto? Alle? Cars? Something? Oh, man. Es geht ab. Grüße. Get rekt. Ich habe keinen Bock auf euch. Good bye, my love. Good bye, good bye. Good bye. Good bye. Good bye, my love. Good bye, my love. Ah Wooh Krister Krister, shiny shiny Nice 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 That's how we roll That's how we do it That's the bottom line Cause Don't call That's so Oh yes Yes up and down And up and down and up and down And up and down the chest So Zytemon That's how 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 Why not Jawohl Jawohl So lobe ich mir das doch Sooo Jetzt müssen wir da halten Sehr gut Das kann ich leider nicht kaputt machen Das war ja nicht so schlimm So ist wieder da Ups 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 Good job Good job Krieg Du hast ja richtig drauf Auf einmal So mit dem Flügeln und so und alles So das ist schon nice Würgen Ne Würgeacker Interesting Aber zu ruhig Aber zu ruhig Ah geil Get over here Ja schön Da werden Flair-Mäuse schön aufgespießt wenn es welche gibt Easy Einfach hoch springen, B drücken, aufschlitzen Geil Jawohl Hallo alter Freund Samuel Hat dich in einem Stück geinladen Jetzt mal auf Ich will was kaufen Warum kann ich das nicht kaufen Ähh Nach hinten und X Ah In Kombination Flügel 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 6 5 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 6 6 8 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 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 6 5 6 6 5 6 7 7 8 8 9 9 10 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 5 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 7 7 8 9 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 10 12 12 15 15 15 15 15 15